Kann das sein? Ist es dein heimliches Lieblings? Ich hoffe immer, dass du wie das eine Mal komplett verkackst. Ich bin jetzt relativ zufrieden eigentlich. Ich bin es auch nicht gewohnt von mir. Jetzt, guter Ansatz. Einmal den Refrain und gut. Einmal den Refrain und gut. Ah, ah. Ich überlege immer noch mal kurz. Lass dir Zeit. Ja, ich lass mir Zeit. Das ist alles in meinem Zeitpunkt. Ich hab das alles zeitlich mit einkalkuliert. Mir fällt tatsächlich... Du hast mich jetzt verunsichert. Ja, ich glaub, ich weiß es jetzt. Mit dem Auto meiner Ex fahr ich aus der Hölle und ich fahre über Land vier, fünf Stunden oder so irgendwann verlier ich dann meinen guten Geschmack doch ich fange wieder auf bei Aralumalwacht. Ich vergesse nur zu tanken bleibe irgendwann halt stehen im Tank nur kryptische Scheiße der Mann sagt, sie wär' nicht schön doch ich weiß, wo ich nicht geh' ich bin gar nicht mehr ich weiß, wo ich steh' ich bin gar nicht mehr ich bin gar nicht mehr weg Natalie auf der nach Edel nach Norden Wir helfen nach Norden, helfen, ich denke